So, Willkommen zurück zum Shadow, Super Shadow 64. Der letzte Folge war so, ja, mittelmäßig. Aber es geht weiter im Pilzlevel oder Schneebild. Ich sage im Schneebild. Da geht es weiter. Auch die Spiegel, sehr schön. Der Robo-Schau. Mega. Na, wie war die Verwaltung? Arsch. Wie ging das gleich noch mal? Ah, genau. Mit der Verwandlung von Super Shadow. In schön silber. Geht leider nur in, äh, im Schlossbereich. Nicht in die Level. Sehr, sehr schade. Dann springen wir mal als Super Shadow hier rein, ne? Der Schneemann. Der Schneemann. Oh ja. Moment. So. Erstmal Musik. Musik. Sonic 3D, please. Sega Genius. Okay. Erstmal Ringe. Genau. Sonst bin ich immer gleich tot. Man kann mit Shadow ein bisschen cheaten. Ihr wisst, ihr wisst es ja, weil man mit ihm einfach übers Wasser laufen kann. Sehr, sehr praktisch. Überslauer leider nicht, ne? Das wäre schon zu sehr schäten. Überwind laufen? Na ja. Sicher, sicher. Euch bitte was testen. Sollst du auf den Pinguin drauf und nicht hinunter? Ich glaub mit Shadow, geht das mit Shadow überhaupt? Normal schon. Ah, okay. Stimmt, Shadow hat mich keine Mitzeitskanne auch nicht, ähm, seine Haare verlieren. Danke, Felix. Oh, man. Hallo. Warum steigt er nicht auf den scheiß Pinguin? Immer gehe ich drüber. Das kann doch nicht sein. Steig jetzt endlich drauf und bleib auch oben. Danke. Ei, ei, ei. Genau dafür gibt es einen Pinguin. Und da ist der nächste Chaos-Splitter. Wenn ich nicht runterfalle, könnte ich ihn sehr schön einsammeln. Danke. Die Erfnahrung. Oh, das ist ein bisschen Eisen. Nee, klar bin ich nicht. Da ist der nächste Mission. Äh, ja. Sehr gut. Da geht's rein. Genau, und hier runter. an jeder vorgabe die letzte mission ach ja jetzt brauche ich ringe einen reich der dude wolf sehr schön ganz vergrissen das war glaube ich das hinten musste ich glaube da kann man nicht schimptern okay genau in sieben minuten schon so viele chaos im world wollte so die 100 ringe und die roten ringe da geht sie erst in den igloo danach dem rest wenn das gespeichert bleibt ja bei nintendo ds oder ist nicht gefallen da waren die minuten bei nintendo ds einfach weg ich hab schon ja gut hab schon umgestellten Da holen wir alles. Ah ja, der Tails stimmt. Ganz vergessen. Hallo, Shadow. Kalbone ist nun offen. Sehr schön. Entflieben. Entschuldigung. Entschuldigung. Sehr schön. Sehr schön Und wieder abends raus Genau, da drin haben wir alles Dann, ähm Ich bin jetzt schon mal zum Ruf in den Ringen Gleich mal wieder raus, ja Ich, ähm, speichere immer Ich weiß, man kann cheaten, ja Aber das ist nicht gleich am Unklappt, dann, ähm Ich finde das nicht so gut Da war doch ein Schneemann, oder? Ja, ja Das geht mit dem Licht Schade Der Rest dürfte kein Problem sein Der Rest dürfte normalerweise kein Problem sein Normalerweise Denn da vorne sind noch ein paar Sieben Die acht müssen auch da vorne sein Ja Den haben wir schon mal Dann Die restlichen Ringen Sehr schön, sehr schön Man kann mit Shadow so viel Einfaches machen Aber nicht immer Aber nicht immer Nicht immer Nicht immer Irgendwo waren noch welche Ringe Gerade da vorne waren noch welche Gerade da vorne waren noch welche Gerade da vorne waren noch welche Den Schneemann war auch doch doch, genau Nicht immer schön da bleiben Perfekt 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 So, umstellen Und ab in dieser Imrol Dann fehlt nur noch einen in der Igloo Über Und Die Die Aber Ja Seid Und Seid 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 S Der war knapp. So, einmal ganz nach hinten. Ähm, Kamera. Schneewild abgeschlossen. Genau. Dann als nächstes. Eigentlich mein Lieblings-Täbel. Aber mit Stellung. Let's go! Yo! Son-Imager 1 Symbol Of Thrill Red Mountain Dreamcast Solid-Generation Ach, stimmt. Da war nur ein Leben. Aber... Jeder mit. Meins. Okay. Erstmal eine Ringensammel. Genau. Den darf ich nicht vergessen. Ah, das kann Auer werden. Kann es jetzt hier Auer werden. Aber okay. Ich hasse dich. Tja, du Affe. Du kreist mir nichts glauben. Ha. Und ich habe keine Mütze. Edgy bitch. Kugel. Ich brauche hier mal ein Savedit. Aber man kann nur mal drüber, okay. Man kann hier nur mal drüber. Nein. Kein Affe fangen. Ne. Entschuldige. Ach, das hat ein sehr ekelhaft mit Schleim drin. Ach. 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 Das heißt, Stück für Stück Save-Daten. Aber auf dem Mario umgestellt, genau. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Genau so muss es sein. Erstmal die Rutsche. Genau. Und im Rutsche, so gut es geht, alles einsammeln. So gut es geht. Nein, 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 nein. Oh. Ich habe kurz gespeiert. Nein, nein, nein. Verdammt. Nein, ich trockel. Speichern, genau. Puh. Nur mehr speichern. Immer wieder gern. Bei der S-Version geht das hier nicht. Habe ich es wirklich gedacht? Ja, habe ich. Nein. Danke. Hups. Sehr schön. Nein, 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 nein. Sehr schön. Bei der S-Version, wenn da hier ein Gitter hier liegt. Da kann man ganz weit weitermachen. Das ist echt super. Mega-Hülsame. sehr schön immer schön alles mitnehmen dann haben wir das mit den roten dinge und ihr einhundert dinge auch schon mal abgeschlossen retten oder gerade sahen die geht mich gleich unter den letzten durch die münze nicht hier einsammeln sonst verpackt es wieder und dann pop up da oben da oben da oben oben den dude und der ist die dude genau Einhört Ringe und auch Tote Ringe haben wir auch erledigt. Sehr schön. Du musst nur heil rankommen, genau. Schau an die Böhme. B-E-D-60 gibt es so, okay. Okay, Shadow ist zu langsam. Viel zu schwer. Viel zu schwer. Dann brauche ich mal den Tails, der ist hier unten, der Tails, ja. Hallo, danke. Kanone wird geöffnet. Sehr schön. Dann machen wir mal erst die Rutsche. Nicht um Ringe, sondern um den Emerald. Man könnte eigentlich ein bisschen cheaten, weil eigentlich hätte man die Rutsche schon gemacht. Das ist nicht zu geil. Okay, ich habe jetzt falsch. Wirklich? 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 Kann man hier schießen. Genau. Geht auch mit Mario. Also gar kein Problem. Gut, Rutsche ist schon mal erledigt. Einmal Rutsche reicht fällig. Mountainside. Das war, glaube ich, nicht das zweite, oder? Ne, das vierte. Oh, Kiki Kitsch. Ah, ne. Das war das Fliegen. Let's go. Ich hau es zu fliegen. Mami. Hallo. Ah. Vielleicht können wir die obere Etage im Bereich abschließen. Dann könnten wir in der nächsten Folge mit ganz oben bereit und das Ende machen. Eventuell. Je nachdem wie schnell das wir jetzt sind. Ohne, und dann mal abzustützen. Sehr schön. Das wäre schon echt nice. Ah stimmt, da war ja noch was. Nein. Das ist zwar die Apfel. Echt jetzt? Also doch Apfel fangen. Und dann diesen Bereich. Ich war mir sicher, dass es Apfel fangen beim ersten. Ersten ist super. Ohne. 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 Ja, ich muss jetzt das schnell fertig machen. Moment. Moment. Entschuldige, Freunde. Ich habe gar nicht vergessen, dass wir noch zocken wollten. Dann mache ich das Rest eventuell in der nächsten Folge. Es ist zwar eine kurze Folge, klar. Aber wenn es mal passiert, ne. Nein, nein, nein. Mitten in der Aufnimmel. Jawohl. Ich hoffe, es stirbt mich. Ich hoffe, es ist alles okay. Ähm. Eigentlich müsste ich das beenden. Das ist eine oben. Das ist eine in der Kanone. Ja, hilft nichts. Ähm. Hilft nichts. Ich ziehe schnell durch und dann bin ich so weit. Let's go. So, erst alle Gards of Odin. So, OPS, OPS, mit der Black Doctor. Man kann auch hier normalerweise schießen, oder? Ah, okay. Da nur noch die Kanone und dann ist Feierabend. Hilft nichts. Hilft nichts. Let's go! Genau. Maschrum, der Pilz. Wenn's bald pressiert, bin ich richtig schnell. Da war eine Abkürzung normalerweise, ja, aber ich mach's schneller so. Weil es ihm pressiert. Habe ich ja komplett vergessen. So, liebe Freunde, vielleicht schaffe ich heute Abend noch ein Ocarina Let's Play, äh, den Master of Time. Treff ich? Natürlich nicht. Umsonsten, alles spätestens morgen. Allerspätestens. Wenn's euch gefällt, lasst einen Daumen hoch da, abonniert mich, wenn ihr wollt. Umsonsten, bis bald. Habe die Ehren. Und danke fürs Einschalten. Mann, Mann, Mann.